So, 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 Darko ist auch da. Da ist der Darko. Kleiner Tipp von dir, wie viele Laterkons hast du gefunden? Bei was? Wie heißt der jetzt? Wie heißt der, wie heißt der? Ortmantell oder? Ja Ortmantell, danke. Genau, ich hab auch leider bis dahin nur einen. Da gehen wir mal hin. Du bist dann mindestens ein Planet weiter, hab ich gesehen. Ja, das ging ja nicht anders. Das ist nur die Hauptquest, die dort ist. Keine einzige Nebenquest. Ja gut. Ja, das stört mich auch nicht. Die machst du dann eh nach Stunde easy peasy durch. Ah, hier gibt es nichts. Okay. Da bringe ich hier halt mal ein bisschen Zeit mit zu. Mach das, mach das. Wenn du was gefunden hast, sag Bescheid. Oder mach einen Screenshot davon. Wo es ist, meinst du? Ja. Ja gut, ich mach einen Screenshot, wo ich stehe. Aber ohne Karte, die ich dann verdecke, bringst du nichts. Warum seid ihr hier? Äh, nö, muss nicht sein. Man kann das dann ungefähr eingrenzen. Da gibt es dann noch die Minikarte unten. Ja. Äh, so, so, so. Äh, ich bin hier um 10. Ich bin ein Jedi. Ich gehe dahin, wo man mich braucht. Also, wir hätten euch letzte Woche gebraucht. Zuerst haben uns Plünderer angegriffen. Und dann hat uns das Militär gezwungen, unsere Häuser zu verlassen. Während eine Seite plündert, bombt die andere. Welches Holocon hast du denn gefunden? Und wir müssen hier in Zelten ausharren und hoffen. Nicht, dass wir Unterschiede hier haben. Äh, bei irgend so einem Lava-Loch. Ähm, wo auf der Map, einfach nur rechts unten, links oben, irgendwo. Oh, jetzt soll ich das wissen. Ich bin nicht mehr auf Ort, Mattel. Ja, ich hatte einen rechts unten gefunden da oben. Ich weiß halt auch nicht mehr so, was da drin war. Irgendwas wieder mit Beherrschung 2 hatte ich. Äh, man hat euch das Leben gerettet. Das sind zu viele Informationen, danke. Es ist besser, dass ihr hier seid, als auf einem Schlachtfeld. Sie hätten uns aber nicht mitten in der Nacht aus unseren Häusern rausschleifen müssen. Wir konnten nicht mal was mitnehmen. Meine Mutter steht unter Schock, verlässt fast nie das Zelt. Das ganze Lager wartet nur darauf, zurück zur Siedlung zu können. Aber die Plünderer sind wohl noch dort und wüten umher. Ich könnte einen Blick auf euer Haus werfen und sehen, ob noch alles steht. Hey, habt ihr gesagt, dass ihr zu ihrem Haus geht? Jemand geht zur Siedlung? Bringt mir meinen Landgleiter mit. Meine Farmdroiden sind noch da draußen. Und mein Schallreiniger. Hey, Bader, kommt her, jemand macht einen Ausflug. Ihr alle, haltet euch zurück. Einer nach dem anderen. Oder niemand bekommt irgendwas. Das, äh, das könnte eine Weile dauern. Seid ihr noch mit dabei? Es können nicht alle auf einmal reden. Okay, immer nur einer. Jeder bekommt einen tragbaren Gegenstand. Überlegt euch das gründlich. Ich brauche meine Gartenwerkzeuge. Ich weiß nicht, wie lange wir hier bleiben müssen. Und wenn wir hier etwas anbauen wollen, brauche ich sie. Ich muss den ganzen Tag mit anhören, wie dumme Jungs aus Langeweile miteinander raufen. Ich habe eine Schachtel mit zehn Paar Sargdecks. Bringt sie mir. Ich habe einen Mikrogenerator in meiner Werkzeugkiste. Bringt mir die Kiste, damit wir hier etwas Strom haben. Ich habe in meiner Freizeit an einem Roman gearbeitet. Er ist in einer Datei gespeichert. Ich bin sicher, dass er nicht gestohlen wurde. Und ich brauche nur unsere Nadu-Samen. Ein paar Päckchen würden uns lange weiterhelfen. Das würde meiner Mutter viel bedeuten. Bitte, beeilt euch. Für die Mutti mache ich alles. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der identiert ist. Gleiternavigationsstufe 35. Nein. Machtstabnehmer mit. Einhand-Lichtschwert-Meisterschaft. Wir können jederzeit zusammen üben. Gibt es hier noch etwas? Anscheinend nicht. Lagerraum. Nein. Brauche ich nicht. Lagerraum. Modifikation 14. 18. Das ist alles in Billow. 22. Nein. Brauche ich alles nicht. Gleiterhändler. Brauche ich auch nicht. Gleiterhändler. Alter. Wie viele Quests gibt es denn hier noch? Ich habe schon sieben und drei Hauptquests und jetzt kommt die nächste Nebenquest. Ihr seht nicht aus wie ein Pirat. Ihr seid kein Pirat. Am schlimmsten fand ich das auf Coruscant. Da hatte ich zehn Nebenquests auf einmal bekommen. Das ist alles. Das muss ich überhaupt machen. Das ist klar. Besiegen. Und dann bin der Hüter. Irgendwas auch. Niemand sollte durchmachen, was dieser Mann erlebt hat. Sagt mir, was ich tun kann. Wenn ich einen Piraten sehe, knall ich ihn ab. Und die Rakule sollen ihn fressen. Mal sehen, wie ihm das gefällt. Er ist vielleicht nicht ganz bei sich. Aber wir können ihn alle verstehen. Wir hatten uns hier etwas aufgebaut. Wir haben uns gegen die Rakule gewehrt. Wir hatten Familien. Die Piraten griffen uns. Muss ich mal ganz kurz. Vor drei Stunden erstellt. Brauche ich nicht begrüßen. Alles klar. Aber wir müssen nach vorn schauen. Eine neue Siedlung aufbauen. Vielleicht auf einem anderen Teil des Planeten. Ich möchte gern helfen. Kann ich irgendetwas tun? Im Lager hatten wir Ausrüstung, die uns das Leben dort ermöglichte. Und uns vor den Rakulen schützte. Wenn wir diese Ausrüstung hätten, könnten wir neu anfangen. Vergessen und uns erholen. Könnt ihr uns helfen? Ich bin dabei. So, nächste Nebenquest. Wir machen erstmal die Nebendinger. Da runter muss ich. Da runter muss ich. Kann sowieso sein, dass du Dienstag dann... oder dass wir Dienstag Probleme kriegen mit dem Star Wars Stream. Oh. Ja, ich habe schon mitgekriegt. Ja, genau. Mal abwarten. Ähm. Muss ich jetzt dort hin? Gibt es da irgendwas? Ne. Gut. Wie viel Begleiter hast du jetzt eigentlich? Ähm. Drei. Ich habe vier. Fäh mal auf. Äh. Alture Zock Adon. Hab ich seit heute. Okay. Na, ich habe halt einmal die Jedi Padawa. Die zwei Druiden. Einmal der auf dem Schiff und einmal dieser Laufende. Und das war's. Ne, ich habe seit heute noch eben kostenlos bekommen. Äh. Da. Was muss ich hier machen? Äh. Hol die Überlebensausrüstung zurück. Ah. Eins von fünf. Ah. Eins von fünf. Ah. Ah. Überlebens-Ausrüstung? Rettung unmöglich. Okay. Rettung unmöglich. 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 Oh, 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 oh. Holy shit, ey. Hier muss ich mittlerweile sogar Hilt Medis nehmen. So, was gab's denn? Äh, irgendein Geschenk und eine Hose mit 170 Rüstung. Die könnte ich doch dem hier anziehen. Oder dann ein Kleid trägt. Oh, was für eins. Drei von fünf. Hey, das kann doch nicht sein hier. Hier taucht nichts mehr auf. Hä, jetzt haben die da was gemacht? Hä, was? Was haben die hier gemacht? Ja, ich muss hier irgendwas zurückholen, aber mir wird halt nie was angezeigt. Das ist das Seltsame. Ich versteh das einfach nicht. Das ist echt seltsam hier. Ah, jetzt. Kann ich da was? Nö, ich kann da nichts machen. Hä? Versteh ich nicht. Ich soll was zurückbringen, was hier irgendwo ist? Ach, das ist mir so scheißegal. Dann machen wir erstmal andere Quests. Gibt ja genug. Guck. Da hinten, leider. Oh je, wie mache ich die Screenshots? F12. Oder Eilt und Druck. Jetzt ist die Frage, wie kann ich dir das zeigen, wo du bin? So. Das geht dann alles über Steam, da kannst du die Bibliothek aufrufen mit deinen Screenshots. Also, das ist so. Okay. Das ist so. So, das ist so. Um. Also, das ist's. Hier. ja Das Hammer. Äh... Du-da-da-da-di-da-da-da-du... Äh... Scheiße, ich weiß nicht, was ich noch alles suchen muss. Getaue, ich nicht. Nein. Sohohohoho... Das regnet uns immer wieder, oder? Das régnet uns erst mal. In dieser Ingegnung. Hier ist was zu meinen Klickner. Okay, die Romanen hab ich. Die Romanen, die Romanen, so. Da ist noch was zu machen. Abgeschlossen, hol das Parsak-Deck. Also irgendwas fehlt noch. Aber was? Ich glaub die Samen für die, äh, Ene-Trulla. Da ist noch was zu machen. Oh, ich will nicht brennen. Scheiße, ich bin ja doch. Okay, Mission komplett abgeschlossen. Kerle zur Troller zurück. Das machen wir schnell mal. Bis sie noch lange kürzer wird. Und zwar muss ich da hin. Ich fahre fast richtig. Nee, da lang war's nicht. Da lang. Ei, ei, ei. Was für eine Sauerei. Bei... So, ihn muss ich auch noch umballern. Gucken. Vielleicht find ich jetzt noch einen da von hier. Das wär geil. Ich wär. Ich war echt zwei Kräste aber geschlossen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das kann man auch. Zerstören das Munitionslager. Oh! 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 Und die anderen schicke ich wieder los. Das ist einmal den hier, und einmal den da. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Die Angelegenheit ist zu gut wie erledigt. Cool, der war ja schnell down. Die Angelegenheit ist zu gut wie erledigt. 24 von 40. Oh Gott. 25 von 40. Oh Gott. 25 von 40. Oh Gott. 25 von 40. Oh Gott. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wenn ich jetzt da reingehe, ich weiß nicht, ob da drinnen so eine Heuschreckentypsis kommen. Oh, oh. Oh, oh. Hey, Heuschreckentyps. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Okay. Ah. Dahinter muss ich. Wie viel muss ich noch umballern? Neun. Musste ausreichen. Musste ausreichen. Musste ausreichen. Musste ausreichen. Musste ausreichen. So. Vierer. Eins. Zwei. Dreier. Zwei. 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 Äh, C, Gefährd, Achtwert, das ist auf jeden Fall besser. Das kann ich wieder nicht verkaufen. So. Danke für dein Follow QSQW315. Jetzt geht's erstmal. Ich versteh' gerade kein Wort. Was hast du gesagt? Ähm, warst du schon auf NaShadow oder hast du dir Tharys ausgesucht? Ich hab Tharys genommen. Okay. Ich folge dir dann mal. Vielleicht könnt ihr jetzt auch nach NaShadow daumen, war ich so. Ja, nö, ich hab mir erst die mit den wenigeren Leveln ausgesucht. Gibt ja genug zu tun hier. Ich wickel dann da. Hier wieder. Ging zu öffnen. So. Der ist Hochdown, was war das? Äh, helles Datakron der Präsenz. So, 100 Prestige bekommen. Äh, hier. Da chillt sie. Da chillt sie. Ich mach' das schon. Ich mach' das schon. Ich bin kein Ding. Kicken wir schon hin. Jo, mach mal. Kusa, puña blasto wonky, kia achokonchee. Okay. Was? Ich bin down! LOL! Was ist das denn da raus? Gegen den du geklempfst, oder? Ja ja, klar, aber... Hä? Okay, hier muss ich definitiv einen anderen Gefährten auswählen. Ähm, fortschicken, ne? Wir holen uns Kira dazu. Und stellen die mal auf Schaden ein. So... So... Äh... So, kann der hier mal das da machen? Und der macht das da... Aber... Holy... Hä? Äh... Alter, die machen... Aber, ach du, Heimatland macht die Damage! Holy shit, die Kira ist auch gleich da unten! Ja... Auf die Hilfe! Jo... Die ist weg, ja... Geil, Alter! Ich bin auch gleich da unten! Ernährlichhaft! Ah, ich kann mich nicht rein, es war nur noch der Anführer da, scheißene, ich geh jetzt nicht zurück zum Medi-Außenposten, Alter, das sind 500 Meter, dann bin ich schon wieder komplett raus, ne, warte ich lieber jetzt die paar Sekunden, dann kann ich die auf Heile einstellen, weil es da nur noch der Käpt'n, das passt, holy shit ey, doch hier bin ich, schnell, renn weg, 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 renn weg Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, endlich! Holy Shit, das war eine schwere Geburt. Ähm... Da hinten sitzt sie rum. Warte mal, warum sitzen die jetzt so schwer hier drinnen? Die hat die doch abgelenkt. Warte mir, du Arsch weg. Ei, ei, ei... Ich werde als erstes den Dicken angreifen, der ist immer am schnellsten down. Ob das denn die Aufmesserung oder... Äh, alles eben. Ich muss das denn ganz gefeuchtig sein. Ich habe einfach nur gefragt, ob die vielleicht nicht für unser Level ist. Ähm... Die ist... Nur was bis Level 7, ne? Was sind die Quests hier? Mhm. Du kriegst hier, äh... Nur diese... Komischen Quests, äh... Die Flashpoints, die über deinem Level sind. Normale Neben- und Hauptquests kriegst du nur für dein Level. Ja, okay. Ey, da war ein bisschen... Der Boss war ein bisschen böser. Das sind alle Stufe 16 hier. Haben aber auch... Der hat zum Beispiel 4000 Leben und ich habe nur... 2-8. Ja, das ist schon... Unverschock. Ja, doch. Wann eigentlich... 3-4 Bewaffnungseffekte rausholen... Und wird die ganze Leute mit Mediklicks verstanden. Ja, geht ja nicht. Der ist ja ein wenig, ja. Der ist ja ein wenig, ja. Der ist ja ein wenig, ja. Der hat die anderen hochgedreht. Also. Oh, da ist schon wieder so ein Anführer mit 12.000 Leben. Oh, komisch. Und vorbeischleiten geht auch nicht? Das ist... Ich muss den halt besiegen. Das ist der Boss. Achso. Und davor muss ich erst wieder... 2 Kommandos und Toddringer besiegen. Ohhhh. Dann läuft hier auch noch einer rum. Der... Komm, warum? Ja! Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh! Jetzt bounzt er mich wieder weg und ich kann die Fähigkeit wieder nicht einsetzen, Mann! Wenn ich sowas hasse... Na ja, das war's, das ist ein Schweres-Burz, ja... Oh, leckt mich eh. Konzentrieren wir uns auf eine vernünftige Lösung. Äh, hey, du kannst weitere schnellere Kosten auszupfen, um weitere Tätigkeiten zu erlagern. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kooperiert und ihr werdet profitieren. Es gibt keine Debatte, euer Stolz ist unangebracht. Bleibt ein verhasster Pirat oder werdet ein mächtiger, respektierter Verbündeter der Republik. Machuliji Wanta-Humpa, Muli-Ra Wanta-Wumpa. Inga yinga kichita, nimni thanu, alelo kwekuta, umpa hupa, chikilia umpasado biska. okay mein nachbar klopft wieder fleisch mit einem schönen schnitzel ohne jeden zweifel ich glaube das war aber auch ein riesen ausraster oder war das ist sonntag jetzt ist doch keine ruhepause es ist sonntag sonntags ist allgemeinruhepause da darfst du nicht laut machen wäre samstag würde ich nicht sagen aber ich könnte jetzt auch übergehen und sagen ja vielleicht klopfen ich schau dich bis in mein wohnzimmer und damit ich nur schief an und dabei grinsen und ihm alle meine zähne zeigen weil der hat vorne vielleicht zwei zähne in der kuschel ich kann mir gut vorstellen dass du wirklich ein steak clean klappt damit dass du noch schlucken braucht und dann du beschwerst dich und dann zeigt er dir ein attest ich darf das aber dann und dann machen weil ich es nicht mehr essen kann das wäre auch geil ein attest bringt er nicht da muss er das okay von der vermietung einholen so und dann streiten sich aber sein und meine vermietung weil das ist eine eigentumswohnung hier die ich zur miete habe und da muss er mit einer anderen hausverwaltung klarkommen als mit der wo er ist aber gut soll er klopfen solange man das nicht so lange ihr das nicht hört ist alles gut eigentlich weil ich so trotz mikrofon kopfhörer studiokopfhörer dadurch höre ich muss west aufgeben zum beispiel weltraum requests weil ich keine mehr annehmen kann habe ich auch zwei aufgegeben weil die auch vom level her viel zu krass fürs raumschiff noch sind ja die kannst du ja wieder auf den raumschiff holen ja sei genauso wie die flashpoint quest wo ich auf immer level 70 war kann ich mir auch jederzeit wieder neu holen ja so die haben wir jetzt gerettet jetzt haben auch zwei drei fünf nebenquests und drei hauptquests hier rakuzon bleibt drei totale auslöschung macht das da das gleich drei auf einmal cool ich glaube die ganze map noch aufdecken ich will auch erstmal raucherpause machen ich wünsche drei stunden so dann mache ich eine kurze raucherpause und bis gleich